Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, herzlich willkommen zum Wortwechsel 21. Im Advent sind zwei Leute am Bildschirm. Werner Gartenmann strahlt in die Kamera und ich, Tom Meier, ich mache für die AUNS Online Kommunikation. Werner macht für die AUNS ja was eigentlich noch? Werner war Geschäftsführer von der AUNS und jetzt Parteisekretär von SVP Kanton Zürich. Er hatte am Montag seine letzte Sitzung mit dem Vorstand von der AUNS und das war für ihn das Adieu in dieser alten Funktion. Was habt ihr gemacht, Werner? Ja, es war für mich ein emotionaler Moment. Es war mein letzter AUNS Vorstandssitzung. Ich nehme es gerade vorweg, ich bleibe natürlich mit der AUNS vorläufig noch etwas Erhaltehilfen im Hintergrund mit, weil vielleicht stellst du mir die Frage, was jetzt mit der AUNS passiert. Meine Funktion wird nicht sofort besetzt. Das hat aber Gründe. Und was haben wir gemacht? Wir haben das weitere Vorgehen in Zukunft von der AUNS, wir haben politische Lagebeurteilung vorgenommen und bin auch beschenkt worden. Lustigerweise so mit lustigen Büchern wie Überleben im Kanton Zürich, Ratgeber für ein, ich weiss jetzt nicht mehr, wenn es geheißen hätte, für irgendein Zürich eben zu überleben. Das war noch witzig. Und die Zürcher Novelle habe ich nicht bekommen, vor allem sie sind vom Keller. Das ist noch lustig. Bier, weil ich gerne Bier habe. Du hast von der Zukunft voraus gesprochen. Also da ist ja so eine Arbeitsgruppe, sich einmal überlegen, wie sollte das gehen? Es geht um die Organisation EUNO und AUNS. Gibt es denn da? Also ihr werdet ja zu gegebener Zeit offiziell informieren, das ist ja klar, aber hast du uns zwei, drei Hinweise, welche Richtung es da geht? Ja, das sage ich gerne. Es ist wirklich ein kurzes Pressing-Communiqué aus dem Komitee EUNO, der gegen das Rahmenabkommen gekämpft hat. Und von der AUNS und wer auch noch als drittes neu im Boot ist, ist die sogenannte Unternehmervereinigung gegen EU-Beitritt. Das ist eine Organisation, die im Vorfeld der EWR-Abstimmung 1992 gegründet worden ist. Die haben auch ein bisschen personelle Probleme und haben uns auch angefragt, ob sie da könnte mit an Bord kommen. Man hat nachher eine Arbeitsgruppe eingesetzt, schon Ende, also im August, Anfang September, eine Arbeitsgruppe eingesetzt, die soll überlegen, was gibt es für Varianten? Können wir die Zusammenarbeit gestalten? Die Arbeitsgruppe wird von Christoph Blocher geführt. Mit Christoph Blocher ist der Gründer, der Gründungspräsident von DRAUNS. Er ist aber auch der Gründer vom EUNO-Komitee. Bei dieser besagten Unternehmervereinigung war er eigentlich auch eine führende Persönlichkeit, 1992, wo man das Komitee gegründet hat. Und er ist die Parität zusammengesetzt, da ist der Geschäftsführer der Ausvögelung vom EUNO-Komitee dabei. Ich bin dabei. Nachher noch jedes Vorstandsmitglied macht er mit. Und da hat mir jetzt den ersten Zwischenbericht der beiden Vorstände vorgestellt, eben am Montag in der ANZ. Und eine Variante, die jetzt eine Stimmung angenommen worden ist, aus dem Vorstands-Auskodranz heisst, ich will das Ziel erreichen, die Organisationen zusammenzulegen können. Und zwar nur mit der Absicht. Ich will eine starke, schlagkräftige Organisation auf beide Stellen und die Unabhängigkeit, die Sanität, die direkte Demokratie und die Sicherheit von diesem Land zu bewahren, zu festigen, auszubauen und Abstimmungskämpfe erfolgreich zu bestehen. Das ist das Ziel. Und das geht mit Feinarbeit hinein. Wie organisiert man so eine Organisation? Wie die Idee heisst, das ist im Moment noch nicht ein akutes Thema. Das kann man diskutieren. Und das Ziel wäre, dass wir im Frühling, wenn die Organisation ihre Mitgliederversammlungen, ihre Generalversammlungen haben, dass man sie dort absegnen lassen könnte. Und dann, ich meine, im besten Fall, sage ich ja, die Mitglieder von beiden Organisationen. Ich bin einverstanden. Und dann gibt es eine, ähm, 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 wie kann man die Mitglieder zusammenzählen? Von der Anzahl, äh, äh, es ist, gut, es wird da nicht die Menge geben, aber es gibt eine stärkere Organisation am Schluss. Hoffentlich, oder? Das gibt sicher, äh, äh, sicher eine Konsolidierung von, von, von der Bewegung, wo muss, äh, nebst, äh, müssen wir ehrlich sein, es ist die SVP, es ist vielleicht noch die EDU, wo wirklich, äh, kompromisslos für die, äh, Unabhängigkeit, Neutralität und direkte Demokratie von Schweiz einsteht, dass man wirklich kann, äh, eine schlichtweg unmöglich. Also, ich, ich lebe jetzt natürlich hier, man muss das ja schon sehen, die Stadt Zürich, Taglo Zürich, der Kanton, das ist das Zentrum von der Schweiz, das boomt, das ist ein Wirtschaftszentrum und da jetzt natürlich Verkehr, das ist wahnsinnig, oder? Und, äh, da merkt man natürlich, dass wir die Begrenzungsinitiative nicht durchgebracht haben, also immer mehr Leute in das Land. Die Schweiz geht es ja im Vergleich zu den anderen Ländern in Europa, trotz der ganzen Covid-Geschichte, sehr gut, das boomt, die Wirtschaft ist nicht am Boden, aber der Verkehr ist enorm. Mhm. Und das kann man nicht jeden Tag machen. Wie die Schnee jetzt natürlich noch, ich bin jetzt ein paar Mal über die Brünung gefahren, eigentlich Schnee bedeckt, und das ist nicht so lustig. Mhm. Und die bieten jetzt Wochenaufenthalter in Zürich, und das, äh, ja, das geht ja das mit meiner Frau und meiner Tochter angesprochen und sie verstanden. Mhm. Hast du eine Tesla, die selber fährt, oder? Ich habe kein Elektrofahrzeug. Ich fahre sehr energieeffizienter Diesel. Und ich nach wie vor überzeugt bin, dass das etwas vom Besten ist. Ja. Trotz der ganzen Schmutzkampagne gegen die moderne Diesel-Auto. Ja, genau. Deutsche Ingenieurskunst, und das ist wie andere, ja, aber das ist ja so der, gerade aus Deutschland kommt ja die, jetzt gut, die ja beschissen, die besagte Autokonzern, eben dieses Kanal. Ja. Aber die Technologie ist etwas vom Wirksamsten, wenn du vielfahrer bist, wenn du lange Strecken fährst. Ich meine, es ist ja sensationell, was heute das Dieselauto verbraucht und was es hinten rauslässt. Aber das wird einfach kaputt gerettet und nicht zuletzt aus Deutschland selber, wo eigentlich die Technologie und die Industrie hätte. Ja. Ja, ja, es ist ein Trauerspiel, oder? Und ich habe gerade mit einem Garagist gesprochen, über genau das Thema. Seine Antwort war, ein bisschen stinken muss es. Das ist seine Antwort. Ja, nein, es muss nicht unbedingt stinken. Als ich bei Optik, das Motel ist fasziniert. Nein, es ist ein bisschen stinken. Nein, es ist ein bisschen stinken. Das ist der Witz. Ich meine, woher kommt der Strom? Also, äh, wir werden extrem viel Strom zusätzlich brauchen für Digitalisierung. Die Digitalisierung läuft nicht ohne Strom. Dann kommt die E-Mobilität und irgendwo kommen noch die Wärmepumpen. Ja. Weil, da denkt auch niemand dran. Toll, wir jetzt gerade im Kanton Zürich letzten Sonntag das Energie- die Energie-Gesetz-Agnos-Kantonalswahl, wo die fossilen Heizungen verbietet. Alles Wärmepumpen, ja hurra, die brauchen einfach Strom. Und Elektromobilität da. Und, äh, das wird jetzt in der Schweiz, das hat vielleicht auch etwas mit der Unabhängigkeit zu tun vom Land und mit der Sicherheit, weil ohne Strom gibt es keine Sicherheit dieser, dieser Zivilisation oder dieser Gesellschaft. Da müssen wir schon über Bücher gehen, was die Schweiz jetzt macht. Also, einfach die, da die jammere Tante und die jammere Onkel, die sagen, ja, wegen einem Rahmenabkommen, wo wir jetzt nicht haben, können wir kein Energieabkommen machen mit der EU. Jetzt geht es den Strom aus. Dir sind schuld, da uns ist schuld und der Blocher ist schuld und alles. Das ist durch Blödsinn. Wir müssen selber schauen, dass wir die Stromproduktion können beibehalten. Das heisst unter anderem, dass unsere Kernkraftwerke müssen länger laufen, als wie vorgesehen, dass die Energiestrategie ist ein Witz, weil die, es braucht Strom. Also, ich kann das, ich soll jeden Mal ins Bett bringen, das Nachtischlämpchen ablöschen und überlegen, wie wäre es am Morgen aufzustehen, wenn ich keinen Strom mehr habe. Also, das Nachtischlämpchen geht schon mal nicht. Für mich geht es nicht in der Wohnung. Also, schon mal Blindflug. Und dann geht die Kaffeemaschine nicht. Dann geht die Kanalisation, irgendwie spült es noch einmal, aber irgendwo pumpen die Kanalisation nicht mehr. Wasserversorgung funktioniert vielleicht nicht. Das ist unglaublich. Und da leben wir einfach Tag ein und denken, ja, ja, ein bisschen EU und die Läufe ist schon der Strom. Die haben ja genug Strom, oder? Jawohl. Also, das hat sehr viel mit Unabhängigkeit zu tun, mit der sicheren Zukunft. Ja. Da müssen wir büchern und da ist auch da uns gefordert. Das sind all die Kräfte gefordert, die für das Land einstehen und wir schauen, dass die Gesellschaft und die Leute, auch den Wohlstand, es geht um Wohlstandsfragen, dass wir den Wohlstand einbehalten können. Wenn wir gerade bei dem sind, ich meine, das muss dann zuerst mal so drei Tage keinen Strom geben, dass sie in Bern nicht nur sagen, du bist schuld, nein, du bist schuld, nein, du bist schuld. Und ich meine, wie geht das? Weil scheinbar, das ist mal in den Medien gekommen vor etwa zwei Monaten, ein bisschen Thema gewesen, vor sechs Jahren oder so hat das SRF so eine Art Doku-Serie gemacht. Mischung, so eine fiktive, über Blackout. Ich habe die geschaut und es ist nicht schlecht gemacht, langfertig, aber nicht schlecht. Man sieht wirklich alte, also Senioren im Altersheim, die frieren, weil sie keine Heizung mehr haben und so. Man sieht einiges an Drama, man gespürt es gut. Wenn ihr im Google sucht einfach SRF Doku Blackout googlen, dann können sie es etwa fünfmal eine halbe Stunde ungefähr, so kann man frei anschauen. Aber eben, wenn du sagst, AUNS im weitesten Sinn für die Freiheit der Schweiz um kämpfen, was würdest du da machen, wenn der Vorstand von AUNS dir würde sagen, pack das Thema an, Werner. Also das möchte er ja nicht mehr sagen, weil er kann die drumherren nehmen, aber. Ja, kann mich schon noch mandatieren. Gut, das geht ja nicht, das betrifft den nicht total. Das müsste ja auch die politischen Parteien angehen und ich bin überzeugt, dass die SVP das am realistischen anpackt. Also das heisst, wir müssen mal die Energiestrategie, die zwar vom Souverän angenommen worden ist, aber ich muss jetzt dann so Hals über Kopf eine Energiestrategie vom Bundesrat installiert worden ist, wir hatten den Unfall in Japan mit einem Atomkraftwerk von Fukushima. Da hat man gemeint, ja hallo, also jetzt müssen wir sofort umwandeln, hat man die, also die Energiestrategie umwandeln und neu machen und wegkommen von diesen Kernkraftwerken. Und jetzt, der Fakt ist, also ich bin ja okay, ich bin weder Stromer noch Physiker, weiss der Kuckuckwas, aber jeder Zeitungsleser und jeder, der geht surfen, weiss, oder der im Alltag arbeitet, der Freizeit, die Mobilität braucht, weiss, der Stromverbrauch nimmt zu. Nicht zuletzt auch um CO2 die CO2-Sache in den Griff zu bekommen. Wir brauchen Strom, um Wärmepumpen Züge und Geschichten zu machen für die Elektromobilität. Also muss man sagen, wo kann man den Stromverbrauch senken? An das glaube ich nicht. Also nicht mehr unter wer das will. Dann nehmen wir wieder Digitalisierung, das braucht Recherzentren, das sind enorme Stromkonsumenten. Also müssen wir schauen, wie können wir unsere Stromproduktion sichern, konsolidieren und ausbauen. Und das heisst unter anderem, dass man unsere Kernkraftwerke länger muss anlaufen, als was vorgesehen ist. Und das ist ja schon interessant. Du hast das vorhin gut gesagt, Tom, oder? Man hat das lange verdrängt, als ein Strommangel. Nein, der Schweizer Strom auch Stau sehen. Nein, 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 da passiert nichts. Jetzt ist das doch ein Thema geworden. Und interessanterweise redet man ja auch ziemlich offen auf die breiteste Front über Kernkraft. Über Kernkraftwerke. Aber nur müssen wir schon realistisch sein, in der Schweiz ein neues Kernkraftwerk zu bauen. Das vergeht so viel Zeit, da könnte in der Zwischenzeit ein Schlimmes passieren, mit Strommangellagen und so. Also wir müssen schauen, dass wir die Wasserkraftkühle bauen, wiederholen mit Kernkraftwerken, müssen länger laufen. Und dann muss man überlegen, was man sonst noch machen kann. Ja, also wenn man ein Kernkraftwerk bauen und heute anfängt, hat man es ja dann gleich mal in zehn Jahren oder so. Ja, ja, natürlich. Aber es ist ja verrückt, oder? Was schlimm ist bei uns mit der Energiestrategie, man hat eigentlich eine Technologiefindlichkeit, hat man eigentlich in die Verfassung reingeschrieben. Man hat gesagt, ja, oder die Schweiz ist mal führend gewesen, ja in der Kernphysik oder der Kerntechnologie. Und da müssen wir wieder zurückkommen und offen sein. Und wir wissen ja, in Grossbritannien, China, die Amerikaner, auch die Franzosen, es gibt ja ganz neue Kernkraftwerktechnologien. Das ist nicht mehr Müllerberg. Müllerberg war ein Kübel, ich weiss nicht welche Generation, aber eine der ersten Generationen Reaktoren-Technik, das ist vorbei. Es gibt heute moderne Kraftwerke. Und wir haben so eine technologiefindliche Politik auf die Beine gestellt und die Medien fördern das noch, oder? Kernkraftwerke gleich das vom Teufel. Von dem müssen wir wegkommen. Du hast recht mittelfristig, 10, 15, 20 Jahre raus, wo es mit dem Anfang zu planen ist. Jetzt muss es anfangen. Absolut einverstanden. Also ich werde sofort unterschreiben, weil wenn das Volk dort die Energiegeschichte hätte können, also nach Fukushima oder da die Energiestrategie hätte können gut heissen, können Sie jetzt einfach das wieder korrigieren, oder? Das könnte ja etwas passieren. Ja, das muss man überlegen, wenn man das machen will. Wir haben ja in der Energie, aber wir haben zu viel weggegeben. Wir haben zu viel, wie man so schön sagt, auch gesourcet. Das können wir bei der Medikamentenproduktion, über die Kernenergie, über die Stromproduktion, über die Technologie, über die Nahrungsmittelkette diskutieren und da müssen wir meine Augen überbücher und wir müssen auch bereit sein Geld in die Finger zu nehmen. Ja, zum Beispiel könnte man 953,1 Millionen Franken, könnte man gut brauchen in der Schweiz, um ein paar Schritte vorwärts zu machen. Aber es gibt ein paar Freunde in der Schweiz, EU-Freunde, möchte ich sagen. Es gibt ein paar EU-Freunde, die nicht nur der Koalitionsbetrag, der jetzt auch, wo der Mist jetzt auch angeharrt ist, die 1,3 Millionen, sondern noch 953 Millionen mehr auf Brüssel schicken wollen. Und die Aussenpolitische Kommission, die hat das eine gute Idee gefunden und die Finanzkommission sagt, nein, auch nicht eine gute Idee. Und man hat jetzt eigentlich den Lukas Reimann, das als drittes Bildchen an dem Bildschirm kleben müsste, aber irgendwie ist er, ich glaube etwas nicht, aber man hätte ihn gerade aus dem Bundeshaus können fragen, was jetzt dort eigentlich läuft. Ähm, die NZZ, die Neue Zürcher Zeitung, hat so ein bisschen geschrieben, eine Verzweiflungstat der EU-Freunde. Also so irgendwie, wie so ein bisschen, sie haben noch irgendeine letzte Idee gebraucht, um sich noch ein bisschen aufbäumen. Ähm, die, die das möchten, die die 950 Millionen auf Brüssel schicken möchten, die sagen, das ist nachher schon mit der Bedingung, dass, ähm, dass die Hochschulprogramme wieder eingeschaltet werden, also dass wir wieder auf dem bisherigen Level von den Hochschulprogrammen drinnen sind, EU, oder? Und nicht nur so ein Randmitglied. Ähm, was würdest du sagen, 950 Millionen mehr an die EU, ja oder nein? Amilan Rata, was deine Antwort ist? Ja, oder was eigentlich schwerwiegender ist, ist ja das Verhalten von den Politikern und vor allem auch von der russerpolitischen Kommission, von der russerpolitischen Kommission vom Nationalrat. Also, wie mir der Bundesrat hat erklärt, das Rahmenabkommen, das geht nicht für die Schweiz. Das hat das begründet, wir brechen die Verhandlungen ab und dann hat die EU verschnupft, die ist jetzt im Moment immer sehr schnell verschnupft, nicht nur gegen die Schweiz. Und, äh, das halt ein bisschen, wie soll's so ist? Also, wenn man die schweizer Geschichte anschaut, hat es immer ein bisschen, äh, so ein bisschen komische Situationen gegeben, wo etwas verrückt gewesen ist über die Schweiz. Und jetzt ist der Herr Bonsra Gassi als Aussenminister schon mal auf Brüssel schauen, wie es so tönt, ob das gescheit ist, sei dahingestellt. In den Jahren ist es so ein bisschen überkommen, wenn er absolviert worden wäre und müsste bis zum WEF, also sprich bis im Januar in einem Monat, eine sogenannte Roadmap präsentieren. Ob es effektiv so war, wissen wir nicht. Aber dass die russerpolitische Kommission, die sind ja auch auf eine super Idee. Da ist der Herr Hussbomster bei, das ist der Präsident von der Neuen Europäischen Bewegung, NEPS. Ja, mit der Koalitionsmilliarden verdoppeln. Ich meine, ich frage mich schon, was das Anforderungsprofil für eine Politiker in der russer Politik ist. Ich meine, das ist ja sehr dumm, excuse für den Ausdruck. Ich meine, wir tun ja die EU hier blöd herstellen. Das sieht es so aus. Schau, liebe EU, gib jetzt statt den Fünf-Liberen eine Zehner-Note. Dafür führst du dich brav auf und bist brav und machst, was sie sagen, bist jetzt ruhig und gibst uns das. Also das ist, das ist, das ist, wenn man ja weisst, was, 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 was eigentlich die Durchforderungen sind von der EU. Eben das mit, mit der Rechtsübernahme und mit der Streitbeilegung und mit der Unionsbürgerrichtlinie und mit der Subventionen. Da haben wir es mir nicht mehr einen, die EU lässt sich jetzt alle abspissen. Also wie, wie naiv kann man sein? Und ich bin, ja, es fast nicht glaubt, aber es ist, es hat mich gerade wieder ein bisschen positiv gestellt, wie die Bundesbank, dass jetzt doch die Finanzkommission Nein gesagt hat und das Parlament, der Nationalrat auch Nein gesagt hat und damit ist ein Weg, weil der Ständerat gar nicht drauf eingetreten ist. Also das ist mal zum Glück weg. Oder und das sieht auch so aus, ein bisschen nach Erpressung. Also ich fordere von dir, hey, es kommen 4 Milliarden. Und wenn jetzt noch, noch mehr willst du von der EU haben, zahlen wir halt das Doppelte. Aber das reicht dir auch noch nicht. Dann wollen wir dann alle Jahres dreifachen. Also ich meine, man muss immer ein bisschen Krimi schauen, dann weiss man, wie so ein Mechanismen können gehen. Also, also eine furchtbare Sache, es ist auch das Nicht-Einhalten von der verfassungsmässigen Kompetenzaufteilung von der Behörden. Oder mehr klar der Bundesrat, der die Aussenpolitik führt. Und es ist in Gott's Namen nicht die Aussenpolitische Kommission von einzelner SP und Grün-Liberalen und vielleicht noch ein paar Einlichter aus der Mitte, aus der FDP, die sagen, wie wir mit der EU sollen umgehen. Ja. Kommt mir vor, dass man redet vom Memorandum of Understanding, das man hier macht. Und zwischen Schweiz und der EU sind wir in einem Memorandum of Misunderstanding, kommt es mir ein bisschen vor. Und aus Sicht von der EU kann man es, kann man, man kann sie manchmal verstehen, dass sie sich den Kopf schütteln und sagen, hä? Ja, natürlich. Wirklich? Ich verstehe die EU, oder? Ich meine, wir haben sieben Jahre über ein Abkommen verhandelt. Man hat sich gegenseitig abgeküsst. Ich spiele hier auf Herrn Juncker, der gerne unsere Bundesrätin abgeküsst. Sie hat sieben Jahre. Und irgendwann merkt man in der Schweiz, hallo, es geht nicht. Statt dass man von Anfang an genau gewusst hat, es gibt Probleme mit dem Lohnschutz, es gibt Probleme mit den fremden Richtern, es gibt Probleme mit der dynamischen Rechtsübernahme. Und was jetzt der Bundesrat unbedingt machen muss, ist einfach jetzt mal der EU sagen, was die Schweiz will. Aber nicht aus der Sicht des Bundesrates, sondern der Bundesrat muss jetzt gespüren haben, was die Kantone, was die Schweizerin, die Schweizer will. Und da sind die Regeln klar. Wir wollen keine Unterstellung unter den EU-Gerichtshof, also keine fremde EU-Richter. Wir wollen keine automatische Rechtsübernahme. Und wir wollen auch vor allem die Unionsbürgerrichtlinie nicht übernehmen. Also die Weiterentwicklung in der Personenfreizügigkeit. Das gibt es einfach nicht. Und das muss man der EU-Clip und klar sagen. Und wir sind überzeugt, wenn die Schweiz das klar kommuniziert und sagt, über das können wir mit uns nicht reden, über alles andere schon, dann wird das Verhältnis auch wieder klarer. Da muss man halt, ja, da gibt ein bisschen Power-Politik und ich bin überzeugt, da wird etwas Gutes aus. Aber wenn wir immer so tun, ja, kommen wir jetzt in die EU, kommen wir schleichend in die EU. Ja, wir wollen eine institutionelle Anbindung. Ja, wir wollen bilaterale drei sogar. Und wir brauchen euch unbedingt beim Strom, weil sonst geht es leichter aus in der Schweiz. Ich meine, wenn ich in der EU sage, komm, jetzt lassen wir dich ein bisschen schmoren. Jetzt sind wir noch ein bisschen die Angstschüren in der Schweiz. Stellen wir eine Agentur an, die Panik macht, jetzt geht der Strom aus. Das geht einfach nicht. Das ist nicht die Wahrnehmung der Schweizer Interessen gegenüber dem Ausland. Meda, ich habe in der Recherche so ein bisschen ein Thema gefunden, das ich sehr interessant habe. Es ist ein Interview in der deutschen Zeitung Die Zeit. Es ist schon vier Jahre her oder so. Da hat Frau Ulrike Guerreault, eine Deutsche mit französischem Namen. Sie ist da so ein bisschen in einem persönlichen Think Tank unterwegs. Die EU fördert sie, sie reist umeinander und sie hat folgende Botschaft. Der Nationalismus, also Nationalstaaten, funktioniert nicht mehr in der EU. Der Nationalstaat wird verschwinden. Schon jetzt sind er ja teilweise verschwunden. Es gibt eine grosse Städtebewegung. Die Leute sagen nicht mehr, ich komme aus Spanien, sondern sie sagen, ich komme aus Barcelona oder sie sagen, ich komme aus London. Und man müsste ein paar Fragen noch ein bisschen lösen. Ist die Nation das einzige Identitätsmerkmal? Man müsste halt ein anderes Identitätsmerkmal erfinden, das den Leuten wieder ein bisschen Halt gibt. Und das müsste nachher über dem stehen. Und sie sagt, deswegen möchte ich, also die Frau von diesem Think Tank, deswegen möchte ich, dass wir als europäische Bürger gleich sind bei Wahlen, Steuern, so Sozialrechten. Und dann sagt sie noch, es geht aber nicht um einen Zentralstaat in dem Sinn. Es gibt auch nicht die eine europäische Identität, sondern irgendwie Heimat ist die Region und irgendwie die Nation wird gestrichen. Die europäische, also Republik Europa. Das ist ihre These. Republik Europa. Sie kommt in wenigen Jahrzehnten selbst. Ich halte den 9. Mai 2045 für realistisch. Das machen wir am 2045. Dann bin ich 10 Jahre lang pensioniert. Ja. Irgendwie mit dem Velo um Laco Maggiore. Keine Ahnung. Ja, gute Gedanken sind frei. Ich meine, die gute sind. Ich kann das ja philosophieren. Es gibt ja Haufen so Schriftsteller und Philosophen und Thinktanks und was da. Das ist ja auch gut. Das soll ja so sein. Das mit der Nation. Ich meine, da habe ich als Schweizer ein gutes Gefühl, weil wir sind eigentlich nicht eine klassische Nation. Wir sind eine Eidgenossenschaft. Das klingt wahnsinnig so ein bisschen veraltet, aber es hat eine spezielle Bedeutung. Wir sind eigentlich nicht eine Nation, sagen wir es wie andere Länder. Es gibt einen alten Botschafter, Dr. Paul Witt, mir, der hat ein gutes Buch geschrieben über die Schweiz und er sagt, die Schweiz, wenn man die Schweizer Geschichte anschaut, zieht sich etwas wie einen roten Faden durch die Geschichte. Das ist eigentlich immer der Drang nach Freiheit. Und der Drang nach Freiheit, und der ist auch heute da. Sonst hätte man das Rahmen abgekommen, der Bundesrat das durchgewunken. Das auch gespürt, das geht nicht. Die Freiheit ist eigentlich der gemeinsame Nenner in diesem Land. Das ist der Wille. Das das Gebild zu machen, Eidgenossen schatten, kann man von einer Willensnation reden. Oder aber es gibt interessante Details. Wir reden ja nicht von einer Nationalhymne. Das ist falsch. Die Schweiz hat keine Nationalhymne. Wir haben einen Schweizer Psaal. Und darum sage ich, wir können gar keine Nationalisten sein. Wir sind auch heterogen zusammengesetzt mit Essien. Wir haben mit Westschweiz, mit Rät-Romanen. Selbst deutsch-schweiz ist ein heterogenes, heterogenes Club. Aber was uns zusammen hat, sind doch schon die Werte wie Unabhängigkeit, das freiheitliche organisieren von Gesellschaft, das von unten gegen hoch delegieren. Und obwohl im Moment viel gegen das läuft, bin ich überzeugt, dass das der Kern ist von diesem Land. Und wenn wir sind wie Frankreich, wo ein starkes Zentrum in Paris hat. Klar klingt das gut, wenn du kannst sagen kommst, kommst aus Paris. Oder wenn ich sage, ich komme aus Mathe, bei Interlaken kennt das niemand. Interlaken vielleicht schon, aber Mathe kennt niemand. Oder mein Büro liegt jetzt in Dübendorf. Wer kennt Dübendorf weltweit? Zürich auch. Aber ich bin Schweizer und ich sage bin ich überzeugt. 20, 45 wird es in die Schweiz noch geben. Und ein Franzose oder ein Deutsch oder ein Italiener wäre einverstanden, dass er sagt, okay, Italien gibt es nicht mehr, ich wohne jetzt in der Europäischen Republik. Ich weiss es nicht. Das wäre ja die neue deutsche Regierung. Ja, muss ich noch. Ganz ehrgeizig. Also die neue deutsche Regierung, oder die andere Regierung, die will ja wirklich aus der EU jetzt das machen, was da die gute Frau beschreibt, oder? Und sie sagt, die Frau da, ich kenne die nicht, den Artikel ich habe nicht gelesen. Oder man möchte die Europäerinnen und Europäer zum Beispiel sozialpolitisch, sozialrechtlich gleichstellen. Also da freue ich mich auf die Konzepte. Ich meine, die Schweiz hat einen sehr hohen Standart in der Sozialversicherung. Vergleiche das mit anderen Ländern, wo man x-fach weniger als Sozialleister gibt. Also das zusammenzuführen, das zu harmonisieren, das braucht einen Superstaat. Und ob jetzt das alle andere Länder mitmachen. Man schaue heute schon den Zustand der EU an, oder? Wir haben viele Länder, die irgendwie von einem EU-Gerichtshof gezogen werden, wie sie sagen, wir wollen jetzt nicht mehr so das EU-Recht in Vordergrund stellen. Polen, Ungarn, Grossbritannien ist mal raus. Wie sie gesagt haben, wir wollen jetzt unsere Gesetzgebung wieder selber in die Finger nehmen. Wir wollen ja auch die Grenzen selber machen. Ich weiss nur, mal schauen, was die polnischen Grenzen abgeht mit den Flüchtlingen, die da von Weissrussland herunterdrückt werden. Ich meine, Frau Merkel hat vielleicht schon mal gesagt, ja, willkommen, das schaffen wir, alle reinlassen. Polen sagen, nein, gibt es nicht, das ist illegal, was da passiert, das ist Machtpolitik von Weissrussland her, weiss der Kuckuck was. Da bin ich dann noch nicht überzeugt, ob diese Konzepte umgesetzt werden können. Das klingt schon gut eine Europäische Republik. Also eben, überlegt euch nur einmal, die Sozialsysteme zu harmonisieren. Wir haben nicht einmal die Schuldenpolitik im Griff in der EU. Also wir sehen ja, wir haben Länder, die haben, dass sie Schulden machen und wir haben Länder im Norden, die sagen, hallo, 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 vorsichtig mit den Schulden. Ich bin gespannt. Ich meine, jedes Land hat seine Geschichte, seine Identität, denkt einigermassen ähnlich. Man erzählt Witze, die man nur in diesem Land erzählt. Man hat Sprichwörter, die man nur in diesem Land hat und so. Und das bringt man nicht zusammen. Und ich finde vor allem, das ist etwas extrem Schönes. Wenn ich in Italien bin, ich bin glücklicher Lage, Italienisch zu können, wenn ich dort so langsam aber sicher auch die Witze verstehe und wie sie dann fertig machen, auf die lustige Art und so. Das ist etwas Faszinierendes. Und ja, eben, ich meine, die Frau ist, von denen hat man sonst nicht mehr gelesen. Sie hat aber immerhin eben das Interview bekommen in der deutschen Zeitung Die Zeit. Also es ist, ja. Ja, los, kommen wir, wir kommen eigentlich zum letzten Thema. Wahrscheinlich wird der Lukas Reimann sich heute nicht mehr einklicken. Ah, nicht mehr gehört von ihm. Ja, wer ein bisschen gelesen hätte in den Medien, das ist jetzt gelesen. Eine interne Sprachregelungsgruppe von der EU hat alle 30'000 Funktionäre von der EU gesagt, wir müssen da unsere Wörter sorgfältiger wählen. Wir können nur nicht mehr einfach jetzt in der Weihnachtszeit von Weihnachten reden. Wir müssen sagen Festtage. Und vor allem können wir nicht mehr von Maria und, ich komme nicht ganz raus, Maria und Johannes schreiben sie. Also wir dürfen nicht mehr, wir sollen nicht mehr von Maria und Johannes reden. Ich vermute, sie haben Maria und Josef gemeint. Aber wenn man halt die Weihnachtsgeschichte nicht mehr kennt, nehmen wir mal an, sie haben Maria und Josef gemeint. Sie hat gesagt, statt Maria und Josef heisst jetzt einfach nur noch Malika und Julio. Denn dann fühlt sich niemand angegriffen. Und grosser Aufschrei im Vatikan bis in die oberste Etage hinein in den Medien, vor allem Südeuropa, Österreich, in der Schweiz auch. Und jetzt haben sie es zurückgepfeffend. Das 30-seitige Dokument ist jetzt einmal so etwas aufgesetzt, zu schreiben, zu diskutieren und 26 Mal zu übersetzen, kostet 200'000 Franken. So. Sie nehmen sie zurück und überarbeiten. Was gibt es denn da zu überarbeiten? Malika und Julio ist doch schön, Werner. Malika und Julio, sie haben Kripp. Ich muss da gar nicht viele Worte über das verlieren. Es zeigt einfach, dass die Technokraten in den Hochglanzpalästen, was die hier hin und wo das den Weg geht. Ich meine, das ist ja die ganze Gender-Diskussion, die ja vor allem in Deutschland und auch von der EU gefördert wird. Und ich meine, die Religion, die die Leute haben, das ist jedermanns Sache. Die Religionsfreiheit, gegen die bin ich gar nicht. Aber wir müssen sagen, jetzt haben wir zur Kenntnis, nein, in Europa sind wir das Abendland, wenn man es so sagen, das ist auf christliche Kulturen aufgebaut, obwohl wir auch Einflüsse gehabt haben vom Islam und auch positive Einflüsse gehabt haben. Aber wir sind ein christlich geprägter Kontinent. Und darüber kann ich nicht diskutieren. Wenn einer nicht einverstanden ist, ja, er muss nicht Weihnachten feiern. Kann ich ja meinetwegen Max und Moritz feiern. Das ist mir wurscht. Aber dass die EU als oberste Behörde von diesem Staatenbund nichts anderes tun hat, das einen Leitfaden zu erwirtschaften. Und was haben die die für Probleme? Also ich bin gespannt, wie die EU jetzt die Gasproblematik in den Griff bekommt. Wenn es einen sehr strengen Winter gibt, werden wahrscheinlich ein paar EU-Bürger gefeuert, weil wir Probleme haben mit der Gasversorgung. Mit dem, was ich mache, politische Vorgänge mit der Gasversorgung, haben schlecht gefüllte Gaslagen in Europa. Das sind Probleme. Und wir haben Sorgen, die Gesellschaft könnte auseinander fliegen und wir können die Persönlichkeit von jemandem verletzen, weil wir von Maria Josef reden. Wir möchten den Spiess mal umtreiben. Es gibt die Menschen, auch in der Schweiz, Kulturen, vor allem aus dem islamischen Bereich, was können die Leute um unsere Kulturen kümmern oder Rücksicht nehmen und ihre Zeug verzapfen. Und ich soll mich wieder zurücknehmen und auf Weihnachten verzichten, auf die Begriffe verzichten. Wenn wir jetzt durchs Land durchfahren, sehen wir überall wunderschöne Weihnachtsbeleuchtungen. Immer auf den Baukrämen und Häusern und in den Gärten. Die Städte dürfen sie beleuchtet. Mal schauen, wie es lang geht wegen Ökoterror oder wegen Strommangel, dass wir das auch nicht mehr dürfen. Also wir müssen einfach merken, dass man im Griff ist, uns viel wegzunehmen, was uns wichtig ist, sei es in der Kultur, sei es im Alltagsleben und wir einfach gezwungen werden, in ein Korsett reingerutscht zu werden, wo uns irgendwie Technokraten vorgibt. Dagegen müssen wir uns wehren, auch als Land gegenüber der EU. Also wenn diese Weihnachts-Sache da mit dem EU-Sprachleidfaden, das die Leute cool finden, dann muss ich mich schon fragen, dann fällt mir relativ viel an Hirnleistung hier oben, oder? Ich weiß auch nicht, ob es von den EU-Funktionären einfach ein Versuchsballon war. Ich kann mir fast nicht vorstellen, dass sie das allen Ernstes angenommen haben, das schreiben wir jetzt und dann ziehen wir das durch. Ich habe manchmal das Gefühl, einfach probieren und alle drei Jahre wieder ein bisschen probieren und irgendwann mal ist der Widerstand weich gespült. Ja, der Willi Schwarz von Feldern-Wellhausen im schönen Thurgau hat auch zudem sagt er, wir sind ja schliesslich das Land auf dem christlichen Glauben basierend. Ja. Und die muslimische Kultur extrem intensiv zu integrieren in unsere ist ein kapitaler Fehler, da diese die wichtigsten Regeln missachtet. Er sagt Regeln von Gleichberechtigung von den Geschlechtern, Meinungsfreiheit, auch Religionsfreiheit. Er sagt, das ist einfach kapitaler Fehler. Kapitaler Fehler. Ja, er hat absolut recht, aber es ist nicht schon soweit, oder? Wir haben Gerichte, die sagen, wenn irgendwo jemand umgebracht wird aus religiösen Gründen, das muss man verstehen, das ist ein Kulturhintergrund und so, das geht einfach nicht. Also wir haben ein über Jahrhundert entwickelt, Rechtssystem, Wertesystem, moralische, ethische Grundsätze und die und die Gelder, die muss ich mir nicht nehmen lassen. Ich habe nichts dagegen, wenn jemand bei uns lebt, sich Rücksicht nimmt auf unsere Kultur hier, das gibt es ja auch. Das muss man sagen, es gibt ja viele Leute von verschiedenen Glaubensrichtungen, die ja keine Probleme mit ihnen haben, die ihre Religion leben, das finde ich auch gut, aber nicht die Forderungen haben, die gewisse politische Kräfte jetzt gerade natürlich im Islamismus sind. Das geht einfach nicht. Aber das Schlimme ist ja, ich sage mir immer, warum sie so laut, warum sie so stark, die Extremisten, das ist nur, weil wir so schwach sind, weil wir uns alles gefallen lassen und uns immer das Gefühl haben, uns anzupassen oder immer wir müssen uns anpassen. Rücksicht nehmen, einverstanden, aber einfach anpassen und unsere wichtigen Grundsätze im kulturellen, im religiösen, in den Grundwerten, in den Menschen, das geht nicht, dann gibt es ein No-Go. Hallo Lukas. Hallo miteinander. Hallo Lukas. Hallo Werner. Schön, bist du noch da. Damit musst du Lukas auseinander nehmen. Ja, Schlussrunde Lukas. Bist du in Bern? Ich bin in Bern, ja. Ich bin nur ein wenig vom starken Schneefall im Verkehr gestanden. Ja. Und darum ist jetzt gerade da angekommen. Erzähl gerade heute im Bundeshaus, was ist gegangen in Sachen Schweizer Eigenständigkeit? Also das Beste, was wir diese Woche hatten, wobei das Beste, also es war einfach nicht eine Abwehrung von einer Katastrophe, aber die Aussenpolitische Kommission wollte ja eine Verdoppelung von den Kohäsionsmilliarden, einfach mal 9 Milliarden auf Brüssel schicken. Und da hat jetzt die Mehrheit des Parlaments doch nicht deutlich, aber doch Nein gesagt. Also es war 96 zu 84. Es ist eigentlich erschreckend, dass 84 Parlamentarier nochmal ein Milliard einfach so Schweizer Steuergeld, das die Schweizerinnen und Schweizer gehört, möchten auf Brüssel schicken. Und sonst, aussenpolitisch ist nicht so viel jetzt gewesen, die ersten vier Tage. Heute hat natürlich vor allem das erneut verschärfte oder veränderte Covid-Sätze zu reden gegeben, aber das wäre ein Thema für sich. Ja genau. Sag nochmal zu diesen 950 oder was zusätzlich Millionen, was war das Argument von unseren EU-Freunden? Also es ist eine Delegation der Aussenpolitischen Kommission auf Brüssel gereist und offenbar sind sie dort nicht so freundlich empfangen worden, wie sie sich das vielleicht gewünscht oder vorgestellt haben. Und dann haben sie halt gefunden, ja, um die Beziehungen zu verbessern mit der EU, möchten sie jetzt einfach nochmal, einfach ohne grosse Gegenleistung oder etwas, nochmal Geld geben. Und das im Budget jetzt auch schon sprechen für das nächste Jahr, darum ist der Antrag über das Budget gekommen. Die Finanzkommission hat dann relativ deutlich gesagt, nein, das geht nicht. Und das Parlament ist jetzt knapp der Finanzkommission gefolgt und nicht der Aussenpolitischen Kommission. Spannend ist ja, dass die Kommissionen alle gleich zusammengesetzt sind nach Parteizugehörigkeit. Also es hat gleich viele FDP und gleich viel CVP in der Aussenpolitischen wie in der Finanzpolitischen Kommission, aber die haben natürlich völlig eine andere Ausrichtung. Und so kommen die unterschiedlichen Mehrheiten gestanden. Aber es wäre, also wie es entstanden ist, haben wir jetzt gehört, aber was, warum? Weisst du, es wäre eine Besenftigung gewesen. Sie hätte dann in der nächsten Reise gehofft, dass es ein bisschen freundlicher wird, die Atmosphäre. Also das ist mein Eindruck. Befürchtet zahlen wir 930 Millionen oder was? Ja, nicht schlecht. Also nur, was die EU merkt, wenn du so vorgehst, dann merkt die EU, dass bei der Schweiz noch viel Geld zu holen ist und die EU braucht viel Geld, oder? Also die haben sehr viele Löcher zum Stopfen. Und ich glaube, gerade diese Woche ist jetzt noch ihr neue Sprachregelungspapier. Wir haben das von dem schon gehabt, oder? Nein, von dem, das haben wir schon abgehandelt. Ja, die Maria. Aber ich würde gleich noch die Meinung gerne gehören von Lukas zu diesem Weihnachtsthema. Malika und Julio. Ja, also ich glaube, in der Schweiz und auch im Rest von Europa feiern wir dann doch lieber mit Josef und Maria anstatt mit Jean-Claude und mit Ursula. Und ich finde es völlig daneben, was die EU da wieder für Sprachleitfäden herausgibt. Und überhaupt, ich meine, Sprache und wie jemand redet und wie jemand schreibt, das ist eine kulturelle Frage. Und das ist nicht etwas, was du im Gesetz musst irgendwie festzuschreiben, sondern das sollen die Menschen frei sich äussern können, so wie es ihre Kultur gibt. Und ich meine, Europa ist doch drei Viertel ist christliche Kultur der Bevölkerung. Und da musst du sagen, unsere christliche, abendländische Kultur, um die wehren sich ja immer weniger Leute, oder? Und jetzt, wenn der Aufschrei, den wir jetzt hatten, wegen dem Maria und Josef, dann haben sie vielleicht ein bisschen erwartet und haben einfach einen Versuchspallon mal hochladen lassen. Ich habe ein bisschen den Verdacht. Ich kann mir fast nicht vorstellen, dass sie wirklich hätte gedacht, ja, das kommt, das bringen wir durch, das ist gut, aber fast nicht. Ja, ja, was ist es noch im Bundeshaus? Also jetzt seid ihr bis, bis vor, ich weiß nicht, vor der Weihnachten, bis zum 20. Ungefähr, seid ihr jetzt? Ja. Was kommt noch? Was freust du dich, Lukas? Also, was ich vielleicht noch möchte sagen zu dieser Weihnachtsgeschichte, es ist natürlich nicht so, dass das nur eine Erfindung von Brüssel ist. Also, wir haben in der Schweiz schon zahlreiche Schulen gehabt und wirklich auch Schulen, wo man es nicht würde denken, wie Flaville oder wie Weil, wo einfach gesagt haben, wir streichen die Schulwinachtsfeier, wir machen keine Weihnachtsfester, wir machen keine irgendwie Sterne aufhängen oder so, weil wir nicht wollen, die nicht-christlichen Schülerinnen und Schüler verärgern. Also, man hat es natürlich ein bisschen neutral ausgedrückt, aber faktisch ist es schon die Eltern gegangen von nicht gut integrierten muslimischen Kindern, die sich an dem gestört haben, dass ihre Kinder jetzt da müssen mitsingen bei einem quasi-christlichen Fest. Aber da haben wir uns gewehrt und damals auch über 10'000 Unterschriften als Petition eingegeben für die Erhaltung der Schulweihnachten und sind dann vor zwei Jahren sind wir zuweilen an der Schule, wo das aktuell ist, sogar Weihnachtskurzli verteilen, den Schülerinnen und den Schülern. Also, was für eine Form hat sie gehabt, die Güte? Wie? Welche Form hat die Güte gehabt? Spitzbuben haben wir gehabt. Spitzbuben, okay. Aber sonst, Weihnachten, ja, also Freuen ist wahrscheinlich nicht das Richtige geworden. Es ist jetzt im Parlament, jetzt ab nächster Woche sind Plastiken, teils wieder auf den Pütteln, wir haben wieder Maskenpflicht, es hat offenbar diese Woche, ich nenne jetzt keine Namen, aber mehrere positive Tests gegeben von Parlamentariern, die jetzt nicht, die haben jetzt heute und gestern nicht teilnehmen oder Abstimmung und jetzt, ich glaube, nächste Woche können sie wieder von zu Hause aus, aber das ist, also so Zeug ist natürlich nicht so lustig und sonst von den Themen her, durch das Präsidentenfeier auch abgesagt ist vom Bundespräsidenten, Gassi soll es werden. Nächste Mittwoch macht man jetzt am Nachmittag Veloweg, ein neues Veloweg gesetzt. Ich weiss auch nicht, ob da jetzt die grössten Probleme von uns im Land sind, aber wir werden dann über das streiten. Ja, ich fahre immer Rennvelo, viel Rennvelo und da habe ich Freude an guten Velowegen, aber meistens sind sie so gebaut, dass sie immer so so enge Kurven haben und ich fahre, ich fahre so schnell, ich will nicht immer bremsen für eine Kurve. Und dann nehme ich halt gleich manchmal auch wieder die Hauptstrasse. Also ich nehme das mit für das neue Velo setzen. Ja, liebe Leute, Lukas habe noch ein bisschen vom Werner gehört, wie sich Downs so ein bisschen für die Zukunft eventuell neu sortiert mit EU-No und so und ja, der Werner sitzt jetzt in Dübendorf, sein Büro und da sind wir gespannt, wie das weitergeht. Wir haben noch einen Wortwechsel dieses Jahr. Das ist in zwei Wochen. Datum 16. Dezember 1730. Voraussichtlich 1730. Wir werden wieder informieren, welche Gäste wir dann haben. Und bis dann wünsche ich euch, liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, eine schöne Adventszeit. Dass es noch ein bisschen schneit, aber nicht zu viel nach dem Auto fahren. Und dass wir für mich, ich muss es für mich sagen, ich kann es nur mal für mich sagen, die christliche Tradition von Weihnachten, dass ich euch heute geniessen kann. Ich geniessen sie. Ich geniessen sie. Ich geniessen etwas Schönes. Heimst noch gut. Schönen Abend. Schöne Festabend. Auch von mir schöne Festabend. Gut. Liebe Frau. Schönen Abend. Bis zum nächsten Mal.